Wir müssen sterben. Hörst du mich? Verschaff' mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Verschützt den Nächsten, was ich... Ich spreng' dich um! Verschützt den Nächsten, was ich? Verschützt den Nächsten! Verschützt den Nächsten! Wow Lass bloß keinen von den Hunden überleben Greif ein und erledige die Ratte Wenn ihr mich töten sollt Nun sterbt ihr Lass mich frei Ich tränke mein Schwert in ihrem Blut Hey, zu mir Brüder Lass mich raus, hörst du? Du bist Bayek von Siva, oder nicht? Ich habe viel von dem Magi gehört, der durch die Wüste reist Ich bin Theodoros Einer von vielen, die gegen die Philakitai rebellieren Warst du deshalb in diesem Käfig? Ja, ein Fehlschlag Ich verfolge Derathos, einen ruchlosen Feldherrn von Ptolemaios Mit einem Hass auf alle Ägypter Ein Mörder von Müttern, Vätern und Kindern Ich werde nicht ruhen, bis eine Leiche Futter für die Würmer ist Leist du uns dein Schwert? Gerne Dafür immer Eine Freude Ich treffe meine Männer in Bakias Komm mit! Wie kommt es, dass ein Grieche für die Sache der Ägypter kämpft? Komm mit! Mein Vater war Ägypter Meine Mutter Griechen Irgendwann kam der Tag, als ich jeden Tropfen griechisches Blut aus meinem Körper quetschte und schwor Ägypten von Männern wie Derathos zu befreien Und wir hätten es fast geschafft Wir fanden sein Lager, aber sie waren in der Überzahl Wir mussten uns trennen Ich wurde von Kundschaftern gefangen und verprügelt Bis ich ihnen unseren Rückzugsort verriet Du hättest nicht herkommen sollen! Wir suchen hier Unterschlupf Und warten auf den richtigen Moment Stirb, du Sau! Achtung! Kein Abstand! Ja nicht! Verhält wenig Ich werde informiert Aber du hast sie in eine Falle gelockt Clever! Folge mir! Bleib nah dran! Ich wusste, dass meine Brüder mich retten würden Aber ich wusste nicht, dass der Medjay aus Siva auch dabei sein würde Du genießt großes Ansehen in meiner Gruppe Wir verfolgen Wenn du für den Pharao kämpfst, dann bist du mein Feind! Dann also weiter! Du genießt großes Ansehen in meiner Gruppe Wir verfolgen Ru... Wir suchen hier Unterschlupf Und warten auf den richtigen Moment Ich werde informiert Verdammt! Die entsenden Kundschafter Derathos ist fort! Verflucht! Er entgleitet mir auch jedes Mal Was sollen wir tun? Aufgeweckt sein! Wir haben die Gelegenheit, zwei Siege zu erringen mit nur einem schnellen Schlag! Wir müssen warten, bis Derathos ins Lager zurückkehrt! Ich weiß, dass ein persönlicher Schreiber noch in Karanis geblieben ist Wir werden angegriffen, wenn wir es nur wagen in der Nähe zu furzen Aber dich kennen sie nicht! Bring den Schreiber zu uns! Er verrät uns, was wir wissen wollen! Und wie finde ich ihn? Bei Nacht schläft er im Innenhof Während des Tages findest du ihn bei seiner Arbeit am Tempel oder auf der Terrasse über dem See Er kleidet sich elegant und hat infolge unseres Angriffs jetzt eine Leibwache Du kannst ihn kaum verfehlen Befehl 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 Theodoros! Der Rathos hat das Lager verlassen, er ist fort! Befehl Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit Oh. Ha! Oh. 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 Geh! 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 Das ist er. Gut gemacht. Wir finden raus, was er weiß. In der Zwischenzeit bereiten wir den Angriff vor. Einige unserer Brüder sind westlich von Soknupayo in Position. Begib dich zu ihnen und warte dort auf mich. Wir erledigen diesen Scheißkerl. Ein Schreiber, der sich gut in Karanis auskennt. Gerathus, wo ist der...